So, willkommen zurück. Wir haben heute Dienstag, den 8. Dezember 2015 und am heutigen Tag gibt es auf alle Bestellungen außer digitale Downloads zum Beispiel oder Ersatzteile gratis versand. Normalerweise haben wir ab 45 Euro das gratis Porto und wer heute noch mal was kleines bestellen will, der muss heute auch kein Versand zahlen. Das ganze testen wir am besten hier mal mit einem Artikel. Der Salonen kostet weniger als 45 Euro. 27,99 Euro. Dann packen wir einfach mal einen Warenkorb. Da haben wir schon mal den Warenkorb und da ist auch der Salon. Und wie wir da schon erkennen können, haben wir hier tatsächlich gratis Versand.